Moin Leute, Willkommen zu einem neuen Reagieren Video auf einen YouTuber. Das werden wir, naja, machen wir immer. Bei welchen auch immer. So, hey Moritz ist dran, das erste. So, was gibt es hier schönes? Das war's mit Vlogs. Ich lasse mir nicht. Weiter Leute, darauf hin eher. Das hier. Was? Wir sind zu Hause los. Und nicht darauf. Oh no. Hier sind aber gerade nur 30 Grad. Oh, der arme Johannes, Digga. Grüße gehen auf. Wir waren raus an Johannes. Aber Leute, heute ist ein fetter Tag. Wir drehen viel ab. Wir können es trotzdem droppen. Oh, wir droppen es ganz am Ende erst. Ich droppe es am Ende. Ich droppe es am Ende, was heute passiert. Leute, ihr müsst euch einfach mal achten, wie ich heute geduscht hab, Alter. Diese Dusche ist so göttlich. Das ist wirklich ein Gott. Und zwar, meine Freunde. Oh, hier ist noch ein wenig rot. Das hier ist einfach unsere Dusche. Ich hab diese Riesenbox in die Dusche reingestellt. Und ihr könnt euch doch gerne vorstellen, wie heftig ich in dieser Dusche abgegangen bin. Jaaaa! Jaaaa! Ungefähr so. Na ja Leute, ich würd sagen, das wird auf jeden Fall crazy. Ich zieh meine Hose lieber wieder schnell an. Heute Morgen ist also was cooles passiert. Und zwar haben wir das Handmaill gemacht. Ungefähr so sieht das aus. Wie geht das aus? Er macht schon gute Vlogs. Erst hauptsächlich da um Wlocs zu machen. Also breakthrough nen und was gibt es denn von Hey Moritz? Musikvideo? Fertigklippen? Verkaufen? Gucken wir mal bei St. Kandel ein bisschen rum. Und dann war es das auch schon. Videos? Videos? Oh mein Gott! 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 Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Leute, wir sind wieder ein crazy Tag hier im Hey House. Es wird richtig, richtig geil. Heute haben wir was richtig, richtig geil. Es war etwas teuer, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir haben einen 4 Meter Wasserball bestellt. Wer ist hier drin? Leute, das Ding ist wirklich richtig, richtig riesig. Ihr kennt ja diese zwei kleine Wasserbälle, wenn man so am Strand spielt. Ihr könnt das ja mal für den Vorbau machen. Nein! Geht doch mal hin, dann machen wir das Spiel des Falles. Sebastian, du musst du da so richtig schlecht rein editieren. Seht ihr das, Leute? Warum? Genau, so machen das die Leute am Strand mit so kleinen Wellen. Aber Leute, wir haben jetzt einen etwas größeren Ball. Schneid ihn bitte direkt kaputt, ja? Mhm. Oh mein Gott, Alter, das ist wirklich ein Riesenball. Oh mein Gott, schaltet mal vor allem, dass wir die Bewertungen abgucken. Die Bewertung ist so lustig, das gibt's gar nicht. Also Leute, ihr müsst euch überlegen, das ist ja ein Riesenball. Das ist 5 Meter groß, das ist fucking riesig. Wenn man so einen Ball hat... So... Hallo! Wo bist du denn? Hallo, hier! Hier! So... Ähm... Mehr müssen wir relativ nicht angucken. So... Ähm... Dann war's das auch schon. Ich werde jeden Tag sowas rausbringen. Ob jeden Tag, das weiß ich nicht. Aber... Daily Vlogs immer um 18 Uhr. Du machst doch keine Daily... Daily nicht mehr. Du machst nur Vlogs jetzt. Naja... Oh dear... So... Dann werden wir... Dann werden wir... Ich hab letztens Roblox rausgebracht, bei diesem Paketsimulator, oder wie auch immer der heißt. Ciao, dafür war auch dabei. Ähm... Ich werde einmal Luca mit Play verlinken. Mh... Könnt ihr gerne vorbei... Ja... Ich soll mal ein bisschen Deutsch lernen. Und... Ciao!